Piteriteriteriterin Pokémon Champion Nachdem Ishi seine Gloralki verkauft hat für 1 Mio. Euro, sind unsere Freunde weitergegangen, um eine Schokoriegel zu finden. Hier gibt es irgendwo eine Schokoriegel. Biorgi, wie lange wollen wir noch diese Schokoriegel suchen? Hey, was macht ihr da? Seid ihr auch auf der Suche nach einem Schokoriegel? Schokoriegel? Wo hast du ihn gesehen? Wo? Kommt mir nicht in die Querie, Idioten! Schokoriegel gehört mir! Schokoriegel! Ich hab gesagt, Schokoriegel gehört mir! Schokoriegel! Pikachu, du Idiot, hilf mir Chocoriegel zu finden! Pikachu! Pikachu, du Idiot, du kannst gar nichts! Pikachu! Wie heißt diese Pokémon? Das ist Imperfusbaltor! Imperfusbaltor! Pikachu, guck mal da! Chocoriegel! Wow! Chocoriegel, ein kinesische Pokémon. Seine Augen sind aus Janiminus. Es ist ein Pokémon aus Chocolatet. Schoko, 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 Schokoriegel! Weg vom Schokoriegel, du Flachzange! Es gehört mir! Verschwinde, Arschlo! Ich hab Schokoriegel zuerst gesehen, verstanden? Wie wär's, wenn wir um das Schokoriegel kämpfen? Okay, wenn du ein Powerfeiger willst, kein Problem. Passt auf, Schokoriegel hat eine Sandhammer eingesetzt! Spring hoch! Bravo! Und jetzt schlag deine dumme Kopf gegen seinen Kopf! Bravo! Schokoriegel! Bravo, Schokoriegel! Du bist der Beste! Das ist mir doch scheißegal! Gummischokoriegel! Trotzdem! Schokoriegel! Das passiert, wenn du was von Albanern klauen willst, Idiot! Schokoriegel, du bist der beste kleine Kineser auf der Welt! Wie heißt diese Pokémon? Das ist Tarnupto! Tarnupto! Nachdem Erschi eine Schokoriegel gefangen hat, sind unsere Freunde gegangen zu der nächsten Arena My Store. Und dieser war eine kleine hässliche Junge. Bereit, Idiot? Lass uns anfangen, Arschketchup! It's time! Und hier kommt mein erstes Pokémon! Schillet! Diese Idiot hat eine Käfer Pokémon eingesetzt! Schokoriegel, bring ihn um mit deiner Feuer! Schokoriegel! Diese Idiot hat keine Ahnung von Pokémon! Dreh dich im Kreis, wie eine wunderschöne Ballerina! Schillet! Was ist das für eine dumme Angriff? Schokoriegel, bring ihn um! Schokoriegel! Bravo, Schokoriegel! Wir sind die Besten! Picochi! Du hast mich besiegt! Gib mir den Scheiß-Orden, du Kastrawez! Picochi, wir haben es geschafft! Wir haben diese kleinen Idiot auseinandergenommen! Picochi! Wie heißt diese Pokémon? Das ist... Ente! Ente! Nachdem Erschi den Arena Meister besiegt hat, sind unsere Freunde angeln gegangen. Und plötzlich ist aufgetaucht eine besondere Pokémon. Karne Armani! Wow! Karne Armani! Karne Armani! Karne Armani! Karne Armani! Karne Armani! Eine Modepokémon hat oft eine Tasche von Armani dabei! Karne Armani ist so wunderschön! Ich werde es jetzt fangen! Picochi, bring ihn um! Picochi! 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 Okay, das reicht! Aide Bismillah! Du gehörst mir, Karne Armani! Geschafft! Nicht schlecht, Erschi! Bei erster Versuch gefangen! Ich gebe zu! Ich gönne dir kein bisschen dieser Pokémon-Warschloch! Ich habe eine Karne Armani gefangen! Picochi! Das Team von Eschkechobi wird immer größer! Wird er es schaffen, Pokémon Champion zu werden? Wie es weiter geht, seht ihr nächste Folge! Jo, Freunde! Was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, Freunde! Freunde, das war eine neue Pokémon-Paradie! Nichts vergesst zu liken! Kommentieren! Und Glocke zu aktivieren! Freunde, kommentiert mal ganz viel in die Kommentare, damit Algorithmus wieder ein bisschen anspringt! Und wir sehen uns dann bei einer neuen Pokémon-Folge! Glocke... ... ... ... ... Vielen Dank.